Jetzt spielt er tatsächlich so eine Frau. Oh mei, oh mei. Ja, nicht, dass du dir hinterherläufst. Ja, das ist schon leicht passiert, dass ich jetzt immer hinter dir spiele. Ich spiele auch wieder die anderen. Nein, aber weißt du was? Wir müssen jetzt einfach schnell das Beste hingekriegen, das Eis haben, verkaufen und den besten Wandel kaufen. Einen großen Rucksack und so weiter. Wir müssen den Ressort knacken und dann sofort zum Ausgang. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen was mehr. Und dann sind wir ausgestattet und können wir mal ein gescheites Ding machen. Ah, das glaube ich auch nicht. Doch. Dann stirbst du deswegen auch so schnell. Nein, das glaube ich nicht. Weil wir schneller vom Ausgang sind, weil hauptsächlich dauern noch viele Missionen schnell und dann gehen wir zum Ausgang und das meistens kurz vor der Welle. Wir hätten jetzt einen Haufen Pulver gehabt. Aber wir haben den Fehler gemacht, dass wir so eine Zweierplatten kaufen, die wohl eh bereit zum Finden sind. Das ist ja Blödsinn. Und kaum kaufen wir eben noch einen Fimbers kurz drauf. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Ich habe ihn auch wieder ein Krieger, weil wir es. Das ist ja Blödsinn. Ja, das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Ja, das hat mir sein. Die kannst du freispielen auch, die Spieler. Ok. Ja. Da musst du Einzeldinger machen. Die weißt du, die Fichte da spielen. So, schau gleich mal in den Einkaufskorb. Ein Einkaufskorb? Warum denn schon älter? Ja, wir können gleich mal ein Pseis sammeln und verkaufen und dann... Erst einmal da kein Gegner finden. Ja, aber das ist immer das A und A Einkaufskorb. Da ist auch eine eigene Seite heraus. Aber wir machen jetzt so einen Auftrag. Ja, dann machen wir einen mit dem Tresor. Drei Tresor. Dann machen wir den gleich. Ja, aber jetzt brauchen wir erst eine Waffe. Ja, die holen wir uns jetzt. Pass auf. Da ist eh einer. Einen zu ihnen. Pass auf. Bleib du hinten nach. So möchtest du wieder. Ah, da sind noch drei da. Warte, ich komme hinten. Da kommen uns auch drei von drei. Da bist denn du schon wieder versteckt. Nein, eh schon wieder in der Burg. Nein. Ich muss ja schon hin, du schießt nicht ganz gerade auf mich da. Ja. Bist du hier, oder was? Nein. Bist du im Gebäude? Also, ich mache jetzt schon länger her. Im Gebäude bin ich, ja. Komm her. Oh, oh, oh. Ich muss doch her. Soll der dich aufmachen, oder? Nein, warte. Ich sterbe hier. Dann mal hoch mit dir. Dann mal hoch mit dir. Dann mal hoch mit dir. Drei mal. Hast du die Frau gehört, oder? Los. Einen habe ich jetzt legt, aber da sind noch zwei unten. Bleib du hier drin. Ich hole den nächsten. Ich bin ja gar weiberleid nicht. Ja, bleib einmal du drin. Weil da sind zwei. Ich hau jetzt einen nach dem anderen um, und dann mach mir die Taktik so. Geh einmal um dabei. Den habe ich auch erwischt. Jetzt kommt noch einer. Einen brauchen wir noch, dann haben wir es. Bleib du drin. Das ist gut, dass ich mit denen ganz zusammenschieße da. Ja, du. Komfu. Kommfu. Ich mach mich erst einmal. Warte du. Ich höf dir wieder hoch. Hä? Hä? Warte. Ich bin schon heiß bei dem Anblick von dir. Gott, dass du den mit dem Top um den Rand spielst. Wo kommt denn da einer? Ja, da ist. Jetzt kommt einer. Da ist einer. Ja, er nimmt gleich die Waffe. Ich kämpfe mich dann nieder. Stierpflüssig mal. Und er da. Da ist eh eine. Ich bin ganz selbig. Ey, jetzt schnappt er's. Ey, Waffe. Oh. Ich gehst denn da schon wieder her? Alter, holen wir uns jetzt da her. Oder irgendwas. Oder wie? Ja. Hä? Ja. Jetzt gehme ich in den Maschinen da. Wo bist du denn so? Jetzt gehme ich in den Maschinen. Jetzt gehme ich in den Maschinen. Was sind die? Feindverschock! Also ich versteh's auch sowieso nicht, wie du das machst. Ich bin da ausgerennen. Dann treffen sie mich sofort. Aber du stellst Toten mitten drin, ladst ihn noch schön gemütlich. Du? Auf, tu mal da hätt's ja irgendeine Abwehrrüstung dran oder was. Und dann springt er in gleich beide rein. Ah. Auf, du schnappierst du dich? Ultra 1, vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Ständig. Nein, gar nichts. Ultra 1, Aufträge, die Geld einbringen, sind auf der Taktikkarte markiert. Schau noch an, wie hast du denn das zusammengefallen getan? Ja, löw, löw. Durchgelaufen, ja. Wo bist du denn so lange? Ich werd da schon wieder Ewigkeiten neuerrasen. Jetzt machen wir mal den Auftrag, oder? Ja, Feini. Da krieg'Mma ein Tresor. Ja, dann kriegen wir Geld für ein gerassene Riebsäckchen. Ey, ey, was sind das da? Das ist ein Auftrag. Also als Weibers, falls es mir gar nicht weiter. Dann nimmst du ja jeden Auftrag, wie ich sehe. Okay, äh. Auftrag holt ich ja. Das hast du gerade angenommen, da ist er. Nein, ich hab nichts. Warte mal, jetzt hast du ihn eh angenommen. Jetzt hab ich ihn angenommen. Das ist der mit den Bomben normal. Ja, genau. Jetzt müssen wir erst einmal die zwei Finger freischießen. Vorratslager müssen wir zerstören. Ja, du erntest das. Pisschen Lusch wieder. Ja, du erntest das. Ja, du erntest das. Ja, du erntest das. My lady, du lagt. Og leg der lægt. Åh, leg der lægt. Det ist differential. Ich sehe, du Leak, du bist gezogen. Ich sehe, du why in den bitte. ました urlager myself in den Scheidel. Oh, 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 oh! Oh, leg der lægt. Du lagt aus. Du Wichser, hat sie gesagt. Oleg, wer schießt denn da? Da ist ein Gras drauf. Gras drauf, da hinten. Ah, du Scheiße! Dein Gras drauf! So krass ist sie drauf und mein Schermosos muss hier unten. Ach, danke. Über die Mauer sind zwei Stück. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eben, wer schießt denn da? Da schießt einer! Da schießt einer herinnen! Alter, ich dürfte die ganze Zeit rauchen. Räden wir dir mal den Arsch! Ja, und warum sauchen? Ach, Oleg, wer mührt denn das? Ich seh gar nichts. Ich hab keine Platze, gar nichts. Jetzt geh einer mal da. Weil sonst... In die Hoden, oder was reiht der? Ja, ins Haus. Nein, wenn ich da wieder... Ach, Wahnsinn, ey! Was ist denn das für eine Rüstung, was der da hat? Das sind ja... Nein, das sind gut drauf, den Mauer. Ich komm jetzt, wo bist denn du? In den Haus? Ah, der ballert mich. Warte, ich komm mal von der Seite rein. Wenn ich die aufheiß, warte. Warte. Wir dürfen so viel rauchen, dass du gar nichts mehr hörst. Wo bist du jetzt? Ah, da. Ah, eben. Ich komm jetzt rein. Ich hab dich! Durchhalten! Aber die hat eine Rüstung, die hat ja 5 Platten. Ja, ja. Jetzt müssen wir aber da umgehen, gell. Ja, ja. Aber ich war ja nicht einmal mehr Platten und nix. Da denkst du schon... Ja, da war nix mehr. Und dann zieht der meine Leute... Was ist denn da jetzt wieder? Also, das ist der Wahnsinn. Links hinter dir, gell. Die trifft die nicht, du. Das hab ich nie für schlechte Waffen. Der kommt rein, gell. Der kommt rein zu dir. Den hab ich schon. Bei den Ehren. Warum dauert das bei mir so lang? Hat der bessere Waffen da? Ah, ich muss eh. Jawohl. Bin ich gespannt. Die Waffen ist ja zweier. Jetzt werden wir gleich laufen und die nächste dann. Ja, gehen wir da gleich in die Richtung. Auf geht's. Okay, auf geht's. Da wackelt's auch schon, du. Bei dir. Hey! Als früher anderen, du. Das schaut man mir mal an. Ja, drum stimm ich alle weiter. Bei dir am Arsch guck. Aufs Arschlein. Ja, genau. Als Arschlein. Wie die Backel wackeln beim Laufen, du. Gerade, dass du das nächste Mal ziehst, du musst einen String an, gell. Die Hosen freuen mir gar nicht an dir. Ich will da mit den Strings enden. Hey, einen Platten habe ich. Super. Jetzt warte mal. Jetzt müssen wir einen Platten her. Ja, ich kann nicht. Ich schau dir mal ein wenig rumrand dann. Ja, ich hab keine Zeit wie du. Was ist denn jetzt, du? Du kannst ein gemütliches Ding, weil ich muss aber mit Brutkämpfen. Oh, 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 oh. Das erste ist zerstört. Da haben wir ausgelöst. Das erste Radung an den Vorräten und zerstört sie. Das ist mal da oben. Nein, ich hupf drüber wie ein Keggeruder. Das ist doch da erntengebäude. Und irgendwas, du wärst wieder. Da ist ein Spink drin und wird Zauber. Müssen wir uns jetzt erst einmal verstärken. Die Drohne. Irgendwas stimmt. Hä? Der Tür. Der Tür. Und leg das sanft nicht. Feindliche Drohne umkreist das Gebiet. Ich bin schon gestorben. Komplett. Ist der Computer? Nein, ist kein Computer. Ist schon ein Abteil oder was? Ich sehe so wie gemütlich, dass du deine Spinnstour öffnest. Bei mir spinnt der Computer. Nein, der Spinn nicht. Was ist denn? Hä? Was stimmt da nicht? Wieso? Was ist mehr? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Computer hat jetzt die ganze Zeit... Wie bist denn du? Ja, unten an der Treppe. Was ist das? Was haben sie dir da eingehaut am Pfad? Was ist das? Das ist ein Wegweiser. Du machst was mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist alles. Das ist alles. Da legst du dich gern hin. Geh mal rauf, weil da so viel Spinnstour sind. Ich kann dich nicht ausmachen. Ich kann dich nicht ausmachen. Schau mal her. Ja, was ist denn da? Schau mal her. Schau mal her. Ach, so ein Krampf. Da ist gar nichts drin. Nein, ich kann dich nicht ausmachen. Die hat sich schon alle ausgeräumt. Ich bin auch schon. Ach, liegt doch nicht so. Ach, Mann. Weil laut da so ein Krampf drin ist. Die sind gar nicht rauf, fährt gar nichts. Ich brauche ein Krampf. Da ist ein... Da ist ein Karten. Weißt du, Scheißkarten. Wir müssen jetzt die Quest machen, weil die Zeit wieder weg bleibt. Schau mal herauf. Nein, ich möchte jetzt die Quest machen, weil wir abhaben müssen. Scheiße, wie geht man da raus? Was ist das? Ah, doch jetzt auch. Da haben wir mich da umeinander und dann zum Schluss kommen wieder alle da und verrückt mich. Ah, genau. Deswegen schuhe ich keine Spinnen durch, weil ich das finden wir in der nächsten Dinge auch. Oh, ah. Oh, Handkarten. Oh, Handkarten. Was? Hast du alle niedergeschossen, oder was? Hey, da schießt er noch auf dich. Ach, Scheiße. Ich schießt auf dich. Hinten, hinter, hinter dir war einer. Geht's genug, oder? Ja, ja, aber ich muss jetzt... Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Oh, da ist er wieder einer. Ja. Ich hab nämlich gar keine Platte. Ich muss schauen, dass ich... Ich hab nicht. Ja, ich hab auch keine. Das ist der Scheiße. Oh, ich hab keine. Auf. Ich schulde dir was. Fuh. Feindliche Drohneaktik. Ja. Wo sind die alle? Ja, da. Sag ich mir, müssen wir die... Die da machen, da haben wir zum Platten kommen. Weil die... Ich bin jetzt da. Auf. Jetzt müsst ihr nachbauen. Und jetzt einmal ist der Nächste. Jetzt müssen wir die Dressoren da finden. Ja, erst wenn die explodiert ist, dann kriegen wir die Dressoren. Ja, eben. Angezeigt. Jetzt wart da da schnell. Und da guckert er da lieber in die Dinger umeinander. Geh weg von den. Geh weg von der Sprengung. Ich bin ja eh weg. So weit der Kreis geht. Für Kreis? Ach. Ja. Der wille Kreis. So letztes Mal bin ich in den gleichen Hallen drin gestanden und hab nix fein. Dann ist da der Kurp auch schon. Wie kennt ihr euch, oder? Welp. Eingekausgut. Ja. Jetzt geh. Springen wir. Das ist hinterher durchschauen. Leideraussteigen, wenn man fast ist. Jetzt sehen wir gleich Dressoren dann. Dann haben wir nur noch 10 Minuten Zeit. Gute Arbeit. Zahlung wird jetzt durchgeführt. Zahlung wird jetzt durchgeführt. Ultra 1. Wir haben feindliche Vorräte in nahe gelegenen Tests gefunden. Markiere die Position auf der Taktikkarte. Was ist denn das ein Schiff? Wo ist der? Wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Ah, da ist er. Der ist. Gleich da hin jetzt. Wo ist der? Da vorne. Schraubmann. Was haben wir denn? Ah, du Scheiße. Ich brauche Heilung. Nein. Ich habe mich nicht mehr umgelassen. Ich habe nicht. Wir müssen. Wir brauchen ein ganz schönes Platten. 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 Keine Mutti zum mehr. Jetzt war ich der andere. Oh Leck. Jetzt kommt er da hin. Brauchst du? Soll ich mich sein? Nein, nein, nein. Warte mal. Vielleicht kriege ich sie. Aber der steht jetzt genauso blöd. Da sind wir jetzt heuer und dann. Seh ich nicht. Ich habe nicht. Ah, okay. Hau mal sein. Ja. Danke dafür. Alter. Hast du ihn erwischt? Ja. Hast du den Platten ergriffst? Jetzt habe ich einen Platten gekriegt. Nein, jetzt müssen wir zum Tresor gehen. Nein, warum hat er jetzt die Platten nicht? Meine Güte. Ich habe ... Was? Fett zumal, Robin. Dass der Auftrag nicht weg ist. Ja, warte mal. Ich hätte Platten drin gehabt. Die hat es mir nicht angezeigt. Jetzt wirst. Heißt nicht. Also. Nicht, dass da nur ein Haufen Hubschrauber hinkommen. Ja. Da kriegen wir jetzt schon ein Haufen Kohle dann. Ja. Das sieht es ja nicht aus mir. Computer stimmt. Wer schießt denn da? Hörst du? Hey. Was ist denn da? Oh mei. Da ist ja auch wieder einer hier rin. Da ist einer hier rin. Da ist einer hier rin mit Schutzanzug. Nein, da bin ich hin. Der wirft eine Handgranaten. Ich flüchte ins Gebäude. Und dabei steht einer drinnen. Und er will mich nieder von der Seite. Ich habe einen Schuss drauf. So kann ich gar nicht spielen wie du. Nicht? Nein. Weil du hast 30 Schuss. Du hast vielleicht auch nicht mehr viel. Du hast ja geballert. Da auch nicht. Das ich mir so mache. Und das muss ich jederzeit. Äh. Denk machen. Jederzeit. Platter nacht. Du hast eine Frisur oder? Ja darum sag ich ja das. Irgendwo her ich hab's. Oh jetzt kommt da einer. Auf die Füße Soldat. Hol sie dir. Geht's wieder. Los. Ich habe wieder keine Munition in der Woche. Oh da ist die Tür wieder auf. Oh lecker. Jetzt bin ich auch hin. Jetzt bin ich aber noch da. Jetzt hau ich mir selber. Geh noch mehr hin. Ich bin ja noch da. Geh hin. Oh ich bin ja noch hin. Was ist denn das? Jetzt habe ich da auch keine Munition mehr. Ich brauche einen Sanitäter. Jetzt sehst du mal dass ich so. Ich hab ein gleiche Ding allweil. Aber du kannst reinballern. Und ich hab kaum aber einen Schuss dann drin. Ja ich hab 30 Schuss. Ja ich auch aber von dir halt das anscheinend länger. Du ballerst da rein rein. Wo bist jetzt du hier? Links, links, links. Am Boden. Hinter dir. Ah hinter mir. Da hinter dir. Jetzt auch hinter dir. Ah hinter mir. Dann mal hoch mit dir. Da ist alles andere so. Da braucht man gar nicht so weit laufen. Ja aber ich hab keine Munition. Warte ich muss jetzt Waffen wechseln. Beide. Beide sind leer. Da vorne sind ein Haufen Waffen. Und Platten brauche ich auch. Ich hab hier. Da ist ja drüben Maschinenwache. Was? Ja die hab ich vorhin gekauft. Aber die ist gleich leer gewesen. Komm ich nicht. Nein du schießt ja schon wieder. Oh du schießt ja schon wieder auf uns. Geh lauf rein. Ich weiß. Wo bist du denn? Oh leck. Ich seh ja schon wieder. Okay. Du schießt ja schon wieder. Oh ich mein das ist über einer. Der Weib ist der Stuhl. Und da ist er da. Oh ich schießt ihn da. Die brauen so lange. Und da gibt mir einen Platten da. Hau mit dem da. Die hat keinen mehr. Nein ich mein der. Der Ding da da. Jetzt gehen wir zum Tresor da schon. Da ist ein einer gleich. Besser greifen die so. Ich weiß ja was für eine besser ist da, wo ist die besser? Die haben wir kaum schusten die. Wo ist denn da eine Tresor? Wenn wir gestorben sind jetzt musst du wieder rein markieren, da da ist einer. Wo? Ich hab den jetzt markiert. Na da ist einer gleich. Wir haben nur noch 5 Minuten, dann geht die Welle wieder los. Ja da ist ja eine gleiche Tresor, aber wo ist denn der? Was steht denn der? Da hinter dir hab ich 400 markiert. Bin ich blöd? Du hast ja ganz was anderes markiert, das ist ja keine Tresor nicht. Da oben steht der auf der Mauer. Schau mal hin, die hinten drauf. Da oben steht er. Oh mei mei, das ist ja kein Ding, das ist ja Gepäck. Das ist ja kein Tresor nicht. Ja scheiße, aber die müssen wir auch machen. Warte mal, jetzt mal nach. Da ist ein Haufen Zeug drin. Zeug. Geile Waffe. Wie brauchen wir bloß heute? Da gehen wir in den nächsten Tresor gleich. Da ist es super. Da sind super Sachen drin in den Parkett. Ja. Gehen wir oben. Ja. Aber jetzt schauen wir hin mit, haben wir noch 4 Minuten genau. Gehen wir mit? Ja, ist ja scheißegal. Halt einmal jetzt das. Aber nächstes Mal wissen wir, müssten wir schneller sein. Ultra-1, Herr Kommando. Starker Wind zieht über das 1.0. Du bist ja jetzt immer, wenn die Spinnt umlaufen. Geht zu einem Evakuierungspunkt, bevor die Strahlung sich ausbreitet. Ja, ich bin ja hängerbleiben. Mein Computer darf einmal trrrr. Ja, das nächste Mal machst du eine Aufnahme. Das möchte ich selber sehen, ob das spinnt. Ja. Weil das glaub ich dir nicht. Wirklich war, das war ja so. Nein, nein. Weil deine Tricks kenn ich schon so langsam. Nein, nein, nein. Das war's. Du sagst halt mein Computer, mein Computer hat jetzt schon da unten. 500 ist wieder mehr. Wie viele Meter sind denn das? Ja, jetzt sind wieder 200. Ja, eben. Wenn man jetzt sagt 500, dann haben wir wieder 200. Das müssen sie ein Subdate machen. Warte. Jetzt werden Spieler auch da unten sein. Darfst du das? Ja, wo ist das denn? Wo ist denn jetzt der? Ist der schon weg jetzt? Kannst du das aufmachen anscheinend. Da war schon ein Spieler da. Oh, Leck. Ist das jetzt ein Ding, wo du das... Oh, Leck. Bei mir ist... Wie schnell, dass du bei mir nachladen hast. Oh, 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 oh. Oh, Leck. Da sind ja wieder vier, fünf. Oh, hauen wir ab wieder. Der ist jetzt weg. Da braucht man keine Nachhinein. Na ja, das sind sauer zu viele Leute. Da gehen wir jetzt zum 1.000. Okay. Ich bin ja schon wieder rund umgezingelt. Da ist mich alle gleich hammernd. Jetzt stehren wir wieder. Ja, das sag ich ja. Ich helf dir wieder hoch. Jetzt geh wir zum Einkaufsgaben und ich kann da ein Haufen. Zeit kaufen. Ja, aber das nützt mich nix, weil wir jetzt wieder sterben. 100-prozentig. Wir kommen nicht zum Ausgang. Ah, jetzt kann ich... Nein, ist so. Jetzt geh mit. Zwei Minuten. Jetzt laufen wir jetzt. Wo ist der Ausgang überhaupt? Ja, der ist noch... Oh, mei. Das sind 2 oder 2 weg. Ja, sag ich ja. Und bis dahin kommen die Spieler und schießen uns nieder. Ja. Was machen wir jetzt? Mindestens ein paar Minuten. Wo ist denn der Einkaufsgaben? Ja, 400. Oh mein, 400 Meter, das schaffen wir immer. Ja, eben. Die sind auch in der Richtung, die Ausgänge sind auch in der Richtung auch. Da werden wir ein Fahrzeug schaffen. Eine Aufstützung können wir nicht nehmen. Dann sag ich mir, wir müssen das irgendwie machen, oder? Oder ein Boot. Wenn wir ein Boot nehmen, da hauen wir ab. Nein. Gehen wir jetzt ausfangen. Hinfahren. Weih, weih. Weih, weih. Weih, jetzt war nur ein Fahrzeug. Ja, weih. Jetzt kommen wir gleich los an. Jetzt kommen wir mit dem Auto hin. Ne? Ich komme mit dem Auto hin. Steig ein. Ist der drin. Da muss ich wieder fahren, weil... Ja, ich muss unseren Anschrecken da wieder. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Wo ist der drin? Wo ist der drin? Wo ist der drin? Steig aus! Schnell! Aus! Ja. Steig raus! Oh, leck! Puh! Oh, leck! Wie war ich ja da? Oh, oh, stramm! Oh, oh, stramm! Mach dich zu einem Evakuierungspunkt auf! Was ist die экzapier? Was brauchst du nicht? Ja, ich weiss nicht, Platten. Jetzt nehme ich bloß Platten mit. Scheiße, Scheiße! Wo bist denn du? Ich bin ins Gebäude rein. Ich komme ins Gebäude rein. Hinter dem Ding. Ich trotz die Tür. Darum sage ich, weil die Spieler alle schon da sind. Weil die Zeit schon abläuft. Ich hab dich. Schick mal. Platten und ab. Danke. Also, wir kommen erst mit Weimnehmer. Oder rück. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ich hab gleich auch nichts mit dir. Wir schießen euch wieder. Du hast keine Platten drin, gell? Du hast keine Platten drin, gell? Hm. Du mal. Wo ist denn jetzt so? Hast du geressene... Da liegen auch drei Platten. Da liegen 13. Schauen wir es, oder? Ja. Jetzt müssen wir schauen nochmal zum Ausgang. 8 Minuten die nächste Fahrt. Die erste ist schon losgegangen. Die nächste ist 8 Minuten. Wo ist denn der nächste jetzt? Wo ist denn der Ausgang? Da ist einer drin. Aber hübschwein wir mit dem Auto. Fangen wir mit dem Auto. Such ein Auto. Ja, genau. Such ein Auto. Warte, wo ist denn ein Auto? Das ist unser, oder? Ja, das war unser. Der demolierter. Mit dem, ja. Das ist unser demolierter. Der ist schon demolierter, oder was? Nein, der ist ja so weit weg. Ja, den haben wir. Die sind wir da ausgestiegen. Jetzt werden sie gleich wieder rausballern. Das ist unser Auto. Ist der schon so kaputt, oder? Ja, ja. Freilich. Oh, mei. Das ist nicht. Okay. Wir haben immer anders. Auch das, ja. Oh, leck. Der schießt da schon wieder. Heuermann ab. Ah, jetzt hauermann ab, kid. Oh, leck. Ich bin da schon wieder hin. Das ist eine Katastrophe halt. Was? Was ist denn da schon wieder? Warte, bleib oben. Bleib versteckt. Ja. Retten wir dir mal den Arsch. Retten wir mal den Arsch. Geht wieder. Los. Alter, fetzt mal 1200 Meter. Wenn wir ein Auto in der Zwischen finden, nehmen wir es gleich. Ja. Warte doch auf mich schnell. Weil ich Platten einhau. Du sag ich mir, wir müssen mir das Stickerl weiß angehen. Bis wir etwas Gescheites haben, dann ist es wurscht. Ja. Jetzt sind da oben ist er. Tausend. Einhundert. Da oben ist er. Das ist Fetzmerk. Wenn wir uns mal schauen. Oh, da ist schon wieder so ein Arsch. Irgendwo außen rumfetzen. Wenn wir da nicht kämpfen müssen. Nein, da kommen wir wieder nicht um. Da oben ist er eingegangen. Ein bisschen lecker. Hä? Das steht auch schon wieder. Einfach durch. Einfach durch. Alles was vorne ist weg. Ja, einfach durch. Laufen. Laufen, laufen, laufen. Wie willst du das Auto sehen? Im Mai sind wir in dem Gebiet. So 100 Meter haben wir schon. Nur noch 1000. Da ist er halt. Wie wird man irgendwie am Berg rufen, im Fallschirmspringen. Irgendwie so eine Scheife. Da raucht es auch schon ganz schwarz. Müssen wir voll durchs Gebiet. Durchs Gebiet. Da tue ich den Leck. Du geht auch nicht, oder? Hä? Hä? Ich tue kein Fahrzeug in der Nägel. Der fährt schon mal nicht gleich raufgehebt, wie man es haben will. Da ist ein Fahrzeug. Da fährt es mal jetzt hin. Nein, nein. Nehmen wir den. Lieger ist schon abkommen einer. Ja, der kommt wieder. Wenn der weg ist, ob da nicht irgendwo anders wieder einer raufgehebt, dass der nicht mehr anzeigt wird. Ja, der wird immer anzeigt. Außer die Strahlung ist da. Nein, nimmer. Ah, okay. Nein, nimmer. Nehmen wir euch gleich den Tank da auszuderschießen. Sagen wir dran und explodieren. Ich bin getroffen. Ich habe einen Beine schießen mit mir. Ist der noch hinter mir? Ja. Ja. Wir sind gleich im Fahrzeug. Okay, es kommt die Munition wieder da. Da musst du nicht schießen. Lauf halten. Ja, wenn sie mich vorne herrennen. Wenn sie mich vorne herrennen. Schnee die weg und nächstes. Ich muss ja die, wenn sie vor mir auftauchen auch von mir. Ja. 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 Ich bin jetzt gut mit mir umsitzen. Ja. Ja. Jetzt bin der Haust, aber. Hey, jetzt muss er mal die Straße fahren gehen, sonst liegt er noch. Ja. Der hat einen Sand. Ja. Geil. Sprit ist auch bald neu. Ach, du. Oh, 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 oh. Leck. Leck, wo geht's denn da unten rein? Da sind wir schon noch richtig. Wir haben sie ja schon wieder getroffen. Schreie. Ja. Halt's, Alter. Lauf'm after, los. Hupf aus da. Los. Halt's. Halt's. Da ist der Flugzeug, schnell. Halt's. Halt's, schnell, schnell, schnell. Da sind wir schon wieder zwei. Da sind schon ein. Ja, hupf. Schreie da, ein gleich. Halt's. Halt's. Auf geht's. Da sind drei drin. Ach, komm ich nicht rein, die Scheiße. Da sind drei drin. Ich lieg drin. Er liegt drin! Super! Ich bin da unten im Flugzeug. Was? Ich kann dir heilen. Ja, zeig. Aus dem Gebiet ist keine Evakuierung mehr möglich. Alternativen Evakuierungspunkt aufsuchen. Ich muss dir helfen. Hä? Du liegst da unten. Ehrlich? Von mir zeigt es mir ein Handy auf. So. Da ist auch ein Parkisch. Da ist ein Fahrzeug. Jetzt zum nächsten. Wo ist denn ein Fahrzeug? Wo bist denn du? Woher? Woher? Jetzt machen wir den nächsten Ausgang dabei. Okay, da. Das kann man noch schaffen. 500. Seid gut. Aber das ist ja irgendeine Zone da. Nein, der ist noch nicht in der Zone. Nein, der ist nicht mehr drin. Nein, der ist nicht mehr drin. Ja, sind wir dann in der Zone? Du musst aussehen da. Ja, ja, weil ich muss am Weg. Ich habe noch nicht viel Päscher nachgefahren. So, bei dem geht das schon. Ja, das sagst du. Explodiert das Auto leider. Oder sind wir nicht mehr weit weg? Ach, bin ich schon hin. Was, du bist schon wieder hin? Ja, wir haben sie rausgeschossen vom Fahrzeugl. Auf den Fahrer schießen sie immer als Erster. Du magst das natürlich nicht machen. Ich habe dich. Durchhalten. Holst rein. Gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen auf. Halt's schnell, heilig. Halt's auf. In Fahrzeug wieder. Ja. Auf geht's. Bist du denn? Fetz, gib Gas. Du weißt schon, wo er ist, oder? Ja, rechts. Erntel. Soll ich noch mal gehen. Okay. Auf geht's. Weg da. Ich habe noch keine Zeit. Ja, du brauchst einen Umweg. Hättest du auch. Ja, ich muss da oben. Achte, da oben steht der Hufschlauer. Ist ja schon da. Warte. Ja, Freude. Da oben steht der Hufschlauer. Schnee. Ausseits. Das stimmt. Eine. Eine Hufschlauer. Okay. Nein. Leg die hin. Leg die hin. Leg die hin, dass du keinen trifft. Wir gehen jetzt. Ja, geil. Oh, du geschaffst. Geil, geil. Oh, da kommen wir noch. Geh weg. Geh auf den Schuss. Ja, leg die hin. Ja, aber ich will noch einen reinkommen. Weil der hat auf den Schuss. Ja. Ja. Schnelle Gasmasken reinfinden. Boah. Leg die Hufschlauer. Die nächste Mission. Ja. Ja. Aber eh eine drin. Ich hab gar keine Munition mehr gehabt. Ja, auch nicht mehr. Ich hab ja letztes Mal den Waffenaustausch mit den Gegnern. Geil. Das haben wir noch geschafft. Das war jetzt knapp. Du leck mich am Arsch. Ja. Das war jetzt ein Wahnsinn. Ja. Ich mein, das schaffen wir nicht mehr. Ja. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht gewusst, dass ich... Da muss einer gleich die nächste Aussagen markieren. Ja. 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 Was hast du denn an du da, dass du so viel kriegst? Für das, dass du ich geredet hab, oder? Die Tresore, die haben schon einen Haufen Kohle drin. Ja. Und da müssen wir reinkaufen. Und dann wieder raus. Dann kommen wir zu was. Und da müssen wir jetzt mal raus und dann wieder... Absolut. Mit Eikäfer raus. Ja. Aber die Tresore, die haben schon... Ja. Super Dinger, gell? Ja. Jetzt warten wir jetzt mal.